Auf der spanischen Ferieninsel La Palma sind innerhalb weniger Stunden mehr als 4.500 Hektar Land verbrannt. Laut Behörden breitete sich das Feuer sehr schnell aus. Ausgebrochen war es nahe der Ortschaft Punta Gorda. Mindestens 2.500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Nach offiziellen Angaben wurde niemand verletzt. Rund 300 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Flammen wurden begünstigt durch Wind und ungewöhnlich hohe Temperaturen. Derzeit herrscht in Spanien verbreitet Hitze. Das Land erlebte zudem den heißesten Frühling seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Zehntausende Hektar Land sind seit Jahresbeginn verbrannt.